Hast du schon einmal davon geträumt, hartnäckiges Bauchfett einfach schmelzen zu lassen? Wir haben eine überraschend einfache Lösung für dich. Trinke drei Tage lang eine Tasse dieses besonderen Getränks vor dem Frühstück und beobachte, wie dein Bauchfett zu schmelzen beginnt. Dieses Getränk ist nicht nur leicht zuzubereiten, sondern auch unglaublich wirksam. Es enthält eine Kombination aus natürlichen Zutaten, die deine Verdauung anregen und den Stoffwechsel beschleunigen. Das Beste daran, du kannst es ganz einfach zu Hause zubereiten. Schau auch unbedingt in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir für dich unsere speziellen Stoffwechsel-Suppen-Rezepte verlinkt, die nicht nur Bauchfett verbrennen, sondern auch deinen Stoffwechsel dauerhaft beschleunigen. Diese Rezepte erhalten alle unserer Zuschauer als Dankeschön fürs Ansehen kostenlos. Kommen wir zur Zubereitung. Für dieses Getränk brauchst du ein Glas warmes Wasser, den Saft einer halben Zitrone, einen Teelöffel Apfelessig und eine Prise Cayenne-Pfeffer. Diese Zutaten haben jeweils ihre eigenen Vorteile. Zitronensaft unterstützt die Verdauung und entgiftet den Körper. Apfelessig reguliert den Blutzuckerspiegel und fördert das Sättigungsgefühl. Cayenne-Pfeffer kurbelt den Stoffwechsel an und hilft, Fett zu verbrennen. Mische alle Zutaten gut miteinander und trinke die Mischung langsam auf nüchternen Magen. Wiederhole das Ganze drei Tage lang und achte darauf, ausreichend Wasser über den Tag verteilt zu trinken, um die Entgiftung zu unterstützen. Es ist wichtig zu betonen, dass dieses Getränk kein Wundermittel ist und eine gesunde Ernährung sowie regelmäßige Bewegung nicht ersetzen kann. Aber es kann ein wertvoller Bestandteil eines gesunden Lebensstils sein und dich auf deinem Weg zu einem schlankeren Bauch unterstützen. Neben dem Getränk gibt es weitere wichtige Faktoren, die dir helfen können, Bauchfett zu reduzieren. Achte auf eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten und mageren Proteinen. Vermeide verarbeitete Lebensmittel und zuckerhaltige Getränke, da diese oft leere Kalorien enthalten und die Fettverbrennung hemmen. Regelmäßige körperliche Aktivität ist ebenfalls entscheidend. Versuche, mindestens dreimal pro Woche eine Mischung aus Cardio- und Krafttraining zu machen. Cardioübungen wie Laufen, Schwimmen oder Radfahren helfen, Kalorien zu verbrennen, während Krafttraining den Muskelaufbau fördert und den Stoffwechsel anregt. Probiere es aus und beobachte, wie sich dein Körper verändert. Schon nach wenigen Tagen wirst du die ersten positiven Veränderungen bemerken. Dein Bauch wird flacher und du wirst dich energiegeladener fühlen. Teile deine Erfahrungen mit uns in den Kommentaren und lass uns wissen, wie es dir ergangen ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben, um mehr inspirierende und informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen! Außerdem empfehlen wir dir, deine Fettverbrennung mit unseren speziellen Stoffwechselsuppen zusätzlich extrem anzuregen. Die Rezepte dazu findest du im ersten Link in der Videobeschreibung.